Ganz herzliche Einladung, am 11. September um 17 Uhr in die St. Corneliuskirche in Viersen-Dölten zu kommen. Und zwar steht dort etwas Besonderes auf dem Programm, eine Uraufführung. Gespielt wird ein Werk, das bisher noch nie erklungen ist, und zwar ein Corona-Requiem für Bass, Chor, Orgel und Orchester. Mein Name ist Marc Vogler, ich bin der Komponist des Stückes und wir konnten für die Uraufführung eine hochkarätige Besetzung gewinnen, worüber ich mich sehr freue. Spielen werden nämlich die Niederrheinischen Symphoniker in großer Orchesterbesetzung, dirigiert von Giovanni Solinas. Daneben singt ein gemischter Projektchor der Kirche St. Cornelius, Orgel ist besetzt mit Thorsten Lauchs und als Bass-Solisten konnten wir Oliver Aigner vom Musiktheater im Revier Gelsenkirchen gewinnen. In diesem Sinne ganz herzliche Einladung. Das Einladung ist so, auch. Untertitelung des ZDF, 2020